Ja, traut sich aber noch nicht ganz runter. Hallo. Doch. Hey, Thanos. Hey. Ihr habt schon wieder über mich gelabert, oder? Mann, was soll das? Nee, nee, also ihr ist jetzt falsch, glaube ich. Warum seid ihr so? Nee, das ist so eine Person, glaube ich. Na, du hast mich heute auch ignoriert. Ja, aber das war aber auch wirklich frech, weil wir vorher gesagt haben, wir holen alle Leute, die dazugehören, in die WhatsApp-Gruppe rein. Ach so, jetzt gibt es noch eine. Wait, du wusstest nichts von der WhatsApp-Gruppe. Boah, Alter, schmier, ey. Wo dein eigenes Team dich halt komplett ignoriert hat. Ich habe heute noch reingeschrieben, kann jetzt mal bitte jemand da noch schreien holen? Ich wurde einfach wegignoriert. Nein. Komm, verkackt meinen Namen nicht, Lul. Du meinst Möwe-Mi. Möwe-Mi. Zum Beispiel Möwe-Mi. Das werde ich jetzt auch nicht richtig aussprechen. Aber vielleicht weiß ich es auch gar nicht mehr. Äh. Möwe-Mi. Möwe-Mi. Ist auch nicht schlecht. Nee, Möwe-Mi. Oder Möwe-Mi. Gibt viele Möglichkeiten auf jeden Fall. Komm nicht rüber. Es sind, glaube ich, zweieinhalb Tage übelst fett, übelst krass. Übelst. Okay, also bis nach Spanien runterballern in einer Tour ist natürlich auch so eine Sache. Ich glaube, als ich klein war, sind wir mit meinen Eltern mal nach Spanien in den Urlaub gefahren. Das war für mich als Kind die absolute Oberhölle. Am Anfang war das cool, bis der Gameboy leer war. Und dann war das übelst scheiße. Oh, die Mucke, ey. Jawoll. Achtung. Sehr gut. Oh. Oh, mein Gott. Ich will Marteo gar nicht fühlen. Ja, das weiß ich. Leon ist auch der sympathische von Bonjo. Zama! Peter! Eigentlich alle außer Marteo. Was schickt ihr dem das denn immer direkt? Da soll er es. Mann, ey, da kann... Schalt mal einmal kurz rein, ne? Einmal kurz... Ich dachte, wir sind ja unter uns, Chad. Let's go. Auf jeden Fall. Walla. Warte, Flasche. Jetzt. Oh, war ein Spaß. Okay, war nicht schlecht. Hat mich von einem Feder erinnert. Stand irgendwo im Haus, und ich weiß nicht, ich war am Zocken, und er schrie einfach nur, und ich hab den noch nie so schreien, und er sagt, Dennis, du kommst jetzt sofort runter. Und ich dachte mir so, oh Gott, was hab ich getan, weißt du? Und lauf halt so voll klein und nach unten, und steh dann halt unten, weil halt alle raus sind, weil halt das Nachbarhaus so lichterloh am Brennen war, und Dennis Brahms sitzt so 10 Meter daneben. Und ist halt Call of Duty am Spiel. Er deckt noch A nach hinten ab quasi, und holt sich jetzt die Bombe. Nicht, doch. Fuck von der Mitte, von der B-Mitte. Oh, Moment, das machen wir nochmal. Ne, machen wir nicht nochmal. Scheiße. Scheiße. Er sitzt da immer noch links. Und rechts kommt auch einer. Einer ist A. Da, ja. Ein Gegner noch. Nice. Jawohl. Der Headshot, Junge. Alter. Schön. Ausbaufähig. Was ist das denn? Interessant. Oh no. Drei, zwei, eins. Ich distanziere mich öffentlich von allen kriminellen Machenschaften von jedem Menschen in der Welt. Ich auch. Wir machen gleich, wir machen gleichzeitig, gehen wir gleich auf die Rampe runter. Und zeigen uns. Zähl runter. Ja. Mach. Zähl du runter. Drei, zwei, eins, go. Nice. Boah! Da kriegst du mal ein virtuelles High-Five. Alter. Habt ihr auch zurecht gewonnen, würde ich mal sagen. Das war nice. Uiuiui. Also dafür ist eingestellt. Ja, nice. Das war schon nicht schlecht. Ekliger Megaröpse, Alter. Der war schon nicht schlecht. Ich glaube, ich bin noch einer Nektarine. Wie viele Wagen da alleine sind. Krass. Der Rettungswagen heißt Gerd. Yo. Nice. Alter, die Hubschrauber, wie hieß denn die denn? Tobi, ne? Ja. Der Wagen heißt halt Gerd. Ja. Na ja. Unserem Zwei-Händer-Watt. Oh, da musst du weg. Da musst du weg. Ganz weit weg. Nach hinten, Peter. Nach hinten. Da sind kein fucking Kanidchen. Wer bist du hier? Als ob du kein Fell verloren hast. Du wirst sterben jetzt. Du bleibst hier, du kleine Stücke. Yes, ich hab... Das ist ein hohes Kanidchen. Fuck me. Das ist kein Kanidchen-Fell. Bleibst du hier? Wo bist du hin? Du... What? Du... What the fuck? Hat auch nichts verloren. Oh, Mann! Nein! Nein! Ich muss fliehen! Aber... Ich krieg dich, Chris! Hä? Wo bist du denn? Sehr gut gemacht, Georg. Da wird wieder jemand aufs Dach geflüchtet, Mann. Nee, aber jetzt hast du einen gekriegt, wenn du ihn hast. Töte ihn, Georg. Fing die Brüste schrabbeln. Guck mal, 1A weggekommen. Er hat ja noch 4 HP. Hä? Wo ist er denn jetzt? Hat er schon irgendwen gefunden? Hä? Nee. Wie? Wann sterbt die denn? Wie muss ich die denn? Ich muss doch die anwerfen. Das kannst du nur machen, wenn du hier irgendwo willst. Endlich noch auf, wenn ich hier neben mir. Du freckst, du. Endlich ist er weg. Fest! Alter, was war das für ein Freistoß? Alter, komm! Ich habe das komplette Tor gemacht! Okay. Mein Konto stand am 4.6.2011. Äh, 21. Entschuldigung. Um 22.04. Beträgt 2751,38 Euro. Und ja, das ist das einzige Privatkonto, was ich besitze. Das einzige Girokonto. Ich besitze nur ein einziges. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Gehen da die hin? Die Arschkekse? Sieht nicht danach aus, wa? Oder? Ist der Köder wieder verschwunden? Ich spring mal runter. Als ob ich da in so ein Loch springe, ey. Wir können uns ganz schön glücklich schätzen, dass so jemand wie Christian... Sorry für diesen schlechten... So ist etwas angenehmer. Glücklich schätzen, dass jemand wie Christian Solmecke YouTube für sich entdeckt hat. Oh, Schulz, jetzt hat er einen guten Sprung gemacht an Furby. 0-3 mittlerweile. Oh, das könnte jetzt sein. Das könnte jetzt wirklich sein. Der ist jetzt an. Saugen, 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 saugen. Komm, mach Frankreich. Oh, übers Ziel hin, ausgeschossen, würde ich sagen. Da ist ein Teil geflogen. Von wem ist das? Weiß ich nicht. Alter, er war super, super krank, ey. Und die Feuerwehr, wenn er echt nur so... Attacke, ne? Ja, guck mal, da brennen. Oh, schon ein schönes Feuerbild, ne? Weißt du, voll am Abzählen. Ich würde da einfach wie so ein Huhn im Kreis rennen. Jetzt ist... Nein. Oh Gott, ey. Also das ist... Krass. Oh, da, Dvalok. Dvalok hat auch richtig nachgelassen. Daniel, jetzt hier. Boah, die beiden auch. Auch harte Rattern, Rattern muss es sein. Dvalok kann sich durchsetzen. Aber dafür hat er in den ersten beiden Rennen noch ganz vorne mitgespielt hat. Ich weiß nicht, moralisch vielleicht gebrochen. Ich weiß es nicht. Warum bist du so scheiße, Dvalok? Was ist da los? Das ist ja wahrscheinlich null. So in Wahrheit. Whatever you can fit in here, I'll pay for it, so we can donate. Toys. Toys. I don't know what we're chanting. Toys. Assembly line. Whoa. Salmon. I can just like see the kids light up when they see this. Oh, für ein Krankenhaus. Dinosaur? We also brought some PlayStation 5s for the children. I think we... Ich dachte, die gibt es nirgendwo. Ein 4. Du hast noch zwei Gegner. 19 Schuss. War doch einer lang, oder, Jay? Ja, da war einer drin. Oh Gott, ey. Er schreckt mich doch nicht so. Schade. Wollte gerade sagen, bei der Maske gebe ich den Kasten. Ich wollte jetzt gerade noch planten, ey. Die Dreck-Sau. Was ist an meinem Namen so schwer? Aber ich gönne nochmal. Okay, pass auf. Komm. Kamm. Kometeistee. Alter. Ah, wahrscheinlich durchaus möglich. Ah. Woher soll ich das richten? Ja gut, dann sollten wir einen neuen Raum machen. War ich mal in einen neuen Raum? Ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem. Oh Gott, ey. Das ist aber sehr nett gewesen, dass es nur das war. Ja, das stimmt allerdings. Würde ich mal an der Stelle sagen. Alter, das stimmt allerdings. Da ist noch ein Kaninchen. Das gibt es nicht. Wegen seinem, äh, wegen seinem, äh, wegen seinem amerikanischen Kanal, wo der mehr oder weniger so Düfte herstellt. Ja, der Kanal, der wurde mir irgendwann einfach auf YouTube in der Line, äh, in der Timeline angezeigt. Und dann hat Paul mir irgendwann mal ein Video gezeigt von dem, was ich esse. Und dann ist so, und, das ist so unfassbar assi. Ja, also, auch so unfassbar random einfach zusammengewürfelt, weil da keinen, keinen blauen Faden, äh, keinen roten Faden da drin hat. Ein Satz wird beendet eigentlich. Ja, wirklich. Also, am Anfang zeigt er sein Essen, dann kauft er sich Matcha-Tee, aber Gott hilft ihm dabei, richtig krass zu sein und er schiebt sich alles in die... Ja, Schulz muss sein Internet neu starten, äh, macht er eben. Ähm, wird vom Spiel aber trotzdem noch gezählt. Jetzt kommt wieder die Technik ausreden hier, weißt du, ja, ja, bist nur dritter geworden wegen dem Internet. Wir kennen's. Ja, haha, wir kennen's. So, die, äh, haben jetzt schon ein bisschen mehr drauf. Die sind richtig asozial, also mit deren Angriff, der hat mich ja quasi jetzt gerade mit allem getroffen. Alter, wenn wir einen Stärkenpunkt mehr hätten, würden wir die One-Hat machen, die Ficker. Ähm, also die machen Damage, wenn sie treffen und nicht geblockt werden. Und... Kacken? Schildkröten? Ja. Wie sieht Schildkrötenkacke aus? Ich glaub nicht, dass Tiere... Ja, Papa Platte stellt mir die richtigen Fragen. Nee, das kann ich dir sogar erklären, Kevin. Das ist so eine lange, das ist so ein, das ist so was, so ein, ja, wie nennt man denn das? Das ist so eine... Kacke. Ich seh nicht mehr, wer blaut, wer rot ist, weil alle voll Blut überströmt sind. Alter. Ja, ja, ja. Das kenn ich ja nur, ja. Einfach rein hier! Ich hab einen gekillt! Ich hab Gin gekillt mit dem Armbosser! Das soll ich doch! Warte! Ich hab einen gekillt!